Noah, 14 Jahre, behauptet, ich kann besser mit dem Football zielen als NFL-Profi Björn Werner. Noah und Björn müssen innerhalb von zwei Minuten so viele Footballer wie möglich durch zwei gegengleich pendelnde Ringe werfen. Für jeden Treffer gibt es einen Punkt. Wer die meisten Punkte erzielt, gewinnt das Duell. Klein gegen Groß, auf Los geht's, los! Erstmal das Ziel ins Visier nehmen. Jawohl, erster Treffer. Gutes Timing braucht man. Jawohl, Glück gehabt. Jawohl. Ah, manchmal sind es nur Millimeter. Aber ein bisschen zu kurz. Konzentration, Noah. Jawohl, Treffer, vier. Fünf. Sechs. Ah, nein, er war vorbei, aber nicht. Auch nur durch einen. Jawohl, der war durch. Ziehen. Nur durch einen. Oh. Komm, Noah. Noch 40 Sekunden. Ah, nein, er war nicht. Der war zu flach. Nein, ich bin da nervös, natürlich. Ah, knappes Ding. Oh, noch nicht durch. Komm, noch 20. Noch 15. Ah, wahnsinn, wie knapp. Oh. Oh. No. Respekt. Sieben Treffer. Ein echt schwer zu treffendes Ziel. so hast du gerade ein hast du gerade ein mitgekriegt das ja wie im football hier muss man immer aufpassen soll jetzt wollen wir mal den björn bin ich immer ein bisschen vorsichtig wenn ich zu so einem großen typen von hinten kommen und dann nicht dass der hier reiner selbstverteidigungsreflex so wir haben für dich hier die footballer auch wieder vorbereitet du musst es ja wahrscheinlich nicht ganz so oft werfen in der position in der du da warst oder ist das im training immer bestandteil es ist immer bestandteil weil du ich war einer der dickeren jungs und durfte nie mit den beispielen dass wir nimmt man sich den ball manchmal nach dem training und spiel müssen damit rum aber ich war der typ der den quarterback eigentlich immer second musste also teckel mussten aber gucken wir mal aus wen kriegen verstehe ich verstehe okay wann auch immer du bereit bist die zeit läuft wenn du den ersten ball wirft auch dir viel glück björn bisschen flach muss erst mal sicherlich wahrscheinlich auch ein bisschen einwerfen und knapp der war zu hoch aber es ist noch alles offen aber es ist noch alles offen was los zu hoch ist noch nicht durch beide der war ganz knapp aber wir kommen der sache ein bisschen näher jawohl erster treffer zweiter treffer Dritter Treffer. Oh, ganz knappes Ding. Jawohl, Treffer Nummer vier. Zu flach. Nein, noch 30 Sekunden. Oh, noch 15. Oh nein, auch nicht. Noch 10. Oh, komm rüber. Shake hands. Komm rüber, Noah. Was hast du ihm gerade ganz vornehm gesagt? Gut geworfen. Ganz gut geworfen. Okay, ganz gut geworfen, ja. Es war immer knapp. Es war immer knapp, in der Tat. Ja, absolut. Guck mal hier, Sportsman, Fairplay. Schauen wir aufs... Da war Ast rein. Schauen wir aufs Ergebnis. Noah sieben, Björn Werner vier. Das heißt, das American Football-Duell geht an Noah. Herzlichen Glückwunsch, Noah. Das heißt, wir müssen uns mal vergangen. Auf Wiedersehen. Herr R enfants, her right weg.